Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Auf der Nordrheinischen Marsch Wir fahren jetzt zum Ende und holen unsere Kalkfeuer Dann werden wir dann anstelle Feld 1 kalten und dann Feld 2 Das sind wir noch beim Schwandenbeu Heu und bei der Aussaat Feld 2 Da hat der Kursfeldfahrer heute einiges verbockt Klappt nicht so richtig Ich vermute mal ganz stark mit einem anderen Fahrzeug Da ist der Mittelpunkt woanders ist Keine Ahnung Dann stellen wir zum Händlerfahren einen neuen Kaltreier holen Und dann schauen wir gleich Die Beinverkaufung noch ein bisschen Dinkel Da hat er garantiert was zurückgefahren ganz schnell Na ja Leider macht er nur 53 kmh Leider macht er nur 53 kmh Den Hochruiter klappt So da haben wir noch ein steuer Schönes Grau Dann wollen wir den anderen Kaltröher kaufen, das nennt man ja auch. 2 Raume nicht, aber der hat noch mal den Kalk, aber den können wir nicht gebrauchen auf Feld 1. Der hat nun nicht komplett schon gewachsen und das ist dann nicht so gut von der Karte als mit normalen Bereifungen aufgehen würde. Was ist schön. Das ist wichtig, dass ich nicht mehr genug genug habe. Ich kann die Karte schenkarme und festhalten. Das ist die Füße. Dann kauf du deine andere. Riku. Der Jan. So kommt es, die erste hat geklappt zum Haken, alles gut, jetzt wird er nicht mehr. Gut, der Car-Tray ist voll, Öl voll geworden und da muss man mal ein Kurs beitragen, denn das ist ja nun ein anderes Maße. Da fangen wir mal gleich von vorne an. Ja, sehr logisch, und zwar Kursgenerierung, eins und darum zwei. Das sind 18 Meter oder 20? Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. 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 Ja, aber so war es sehr schön cool! Die mare einfach nicht happens. Das ist fertig. Bring your coat. Ah, das ist ja auch noch. Eine Takt oder? Nehmen wir es wieder. Das ist ja im Grunde schlecht, ne? Das ist im ganzen Kursverkurs. Das muss ich aber tun. Ganz schwer. Das heißt, auf Deutsch, die Faktoren sind ja auch für die Drehmaschinen nehmen. Die schaffen es ja auch. Im nächsten Halt. Das ist ansprechend. Ja. Ja. Doch noch ein bisschen. Im nächsten Fall, da alles reif wird. Und der jetzt mit einer halben Flur gefahren ist. Wahrscheinlich. Ja. 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 Na ja. 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 Was? Wird ein Kurs. Wird ein Kurs. Was? Was? Wird ein Kurs. Was? Was? Dankeschön. Hier geht es gut. Passt da ruhig hin, ne? Ne, das passt nicht. Ne, kann man nicht entscheiden. Okay, jetzt. Der fährt wohl noch rein. Schnapp. Der fährt wohl noch rein. Der fährt wohl noch rein. Der fährt wohl noch rein. Garantik nicht voll geworden. Der fährt wohl noch rein. 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 Oder ob wir Heu als Klage in so ein Silo herstellen. Kann nicht mal eingreifen. Kann er ewig fahren mit Dinkel. Er tankt leer wie er es verkauft hat. Geht in Boni und erst mal Schlapp dann und zweit mal nicht. Gut, kurz anlegs, wir müssen Heu rein. Ich muss den Korn aufs Ende fahren. So Boni, Frau Laufschau, das soll uns die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen auf ein Like und auf Wiedersehen. Ich darf nur Danke. Ein Apo wäre auch sehr nett. Ich würde mich freuen. Es kostet euch nichts. Aber nie würde es viel bedeuten. Dann seid mal schüttelnd in Grieke. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal hoffe ich jeweils. Danke schon. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.